Hier wird gekämpft bis zur letzten Frucht. Jedes Jahr versammeln sich hunderte Menschen zur alljährlichen Schlacht der Orangen im Norden Italiens. Mit bunten Kostümen und jeder Menge Orangen feiern die Einwohner Karneval. Man kann sich drei Tage lang abreagieren. Es zieht viele Leute an, was gut ist. Man kann sich sogar verletzen. Da muss man eben aufpassen. Die Atmosphäre auf dem Platz ist unglaublich. Das muss jeder einmal im Leben erlebt haben. Wenn man an einem Sonntagmorgen den Duft von Orangen riecht, nachdem man ein Jahr lang gearbeitet hat. Dieser beißende Geruch ist Poesie. Rivalisierende Teams, die sich gegenseitig bewerfen, wobei manche in einem Wagen fahren, der von Pferden gezogen wird, ist große Tradition in Italien. Woher dieser Brauch genau kommt, ist unklar. Eine Legende besagt, dass er schon seit mindestens Mitte des 19. Jahrhunderts existieren soll. Arme Leute sollen Bohnen auf die Straße geworfen haben, um ihren Unmut über ihren Lehnsherrn darzustellen. Später wurden die Bohnen gegen Orangen ausgetauscht. Heute ist dieser Brauch einfach eine gute Gelegenheit, sich abzureagieren. Das heißt, wir müssen die Reaktionen reagieren. Die Brüder sind ein, das sehe bisher in die Rüder von uns, nicht nur einmal in Ruhe zu sein oder nicht nur in den Augen auf die Seite. Dann sehen Sie die Linken aus der Schuischenkleidung aus. Folgendes müssen sie hier überhaupt nicht machen. Ich habe keine Neuginergarde gemacht. Heute fühlt es eben nicht so gut aus.